Es gibt einen Trend, der da heißt, mehr Balance zwischen den verschiedenen Sphären des Lebens. Von dem Begriff Work-Life-Balance halte ich überhaupt nichts, weil der unterstellt, dass Work kein Leben ist. Ich habe beispielsweise viel Sinn in meiner Arbeit. Die Konsequenz daraus ist dann eben nicht überall Work-Life oder Life-Balance einzuführen, sondern eine Organisation zu schaffen, die verschiedene Optionen anbietet und nicht allen das Gleiche aufzwingt. Und das nennt man dann eigentlich Souveränität. Und dass Menschen mehr Souveränität haben zum Thema Zeit, Ort, Inhalt, Stil der Arbeit und der Arbeitserledigung. Auch persönlich glaube ich, dass Führungskräfte unterhalb des Vorstands in zehn Jahren in vielen Unternehmen demokratisch gewählt werden. Also Führung auf Zeit, denn sie ist ja nicht gottgegeben, sondern da zeigt uns ja das Internet, dass eigentlich der Beitrag als relevant betrachtet werden muss. Also solche Themen der Demokratisierung, aber auch der Souveränität werden im Unternehmen zunehmen. Aber es muss so sein, dass die unterschiedlichen Anspruchsgruppen auch bedient werden und nicht jeder nach dem gleichen Maß selig gemacht wird, wozu Personalabteilungen tendieren. Aber es muss so sein, dass der Beitrag ist, wozu Personalabteilungen sind, und dass der Beitrag ist, wozu Personalabteilungen sind,